Das ist Herr König. Herr König ist CFO bei einem Automobilzulieferer. Die Stärke seiner Controller ist, trotz Datenchaos den Überblick zu behalten. Allerdings stoßen sie regelmäßig an ihre Grenzen, wenn es schnell ging. Es ist Freitagmittag. Herr König ist beim Business Lunch mit Herrn Haas. Plötzlich ruft der CEO an. Bei der Aufsichtsratssitzung am Montag möchte er eine umfassende Analyse des Unternehmens präsentieren. Wie steht die Firma da? Liegen Abteilungen unter ihrem Quartalsziel? In welche Sparte sollte man investieren, um von der Konkurrenz nicht abgehängt zu werden? Der CEO benötigt die Analyse bis Montag 10 Uhr. Montag? Nur noch zwei Tage Zeit. Wie soll das gehen? Vor Aufregung kippt er sein Wasserklass um. Herr Haas versteht die Aufregung nicht. In seinem Unternehmen ist Excel bei der Datenanalyse kein Thema mehr. Denn mit der Software QBus Outperform gelingen Planung, Analyse und Reporting einfach und schnell. QBus Outperform bietet eine komplette Excel-Integration in ein umfangreiches Planungstool. Die Controller müssen sich nicht umstellen und können sofort beginnen. Das Ergebnis? Deutliche Zeitersparnis, übersichtliche Analysen, valide Aussagen. Herr König ist begeistert und erkundigt sich auf www.qbus.eu. Mit QBus Outperform kann er die Finanz-, Projekt- und Strategiewelt miteinander verbinden. QBus Outperform bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und wertet Urlaubdaten schnell aus. Seine interaktiven Analysen präsentieren übersichtliche Antworten auf erfolgskritische Fragen. Und das Beste? Auch unerfahrene Nutzer kommen mit QBus Outperform zurecht. Genau das braucht Herr König. Eine klare Übersicht. Und zwar schnell. Wenige Wochen später trifft er seinen Chef. Voller Lob berichtet er ihm von der Aufsichtsratssitzung. Dank QBus Outperform konnte das Gremium die richtigen Entscheidungen treffen. Das Unternehmen steuert erfolgreich in die Zukunft. Herr König ist erleichtert und stolz. Zeigen auch Sie Ihrem Business den richtigen Weg. Mit professioneller Software von QBus. Wir beraten Sie gern.